Egal was passiert Bruder, wir werden den Shatter noch so 15 Minuten zusammenspielen. Ich hab auf jeden Fall schon mal so beide schon mal abgesichert so. Du hast auf jeden Fall einfach entschieden. Bruder ich hab Gegner hier bei mir. Boah. Achtung! Ich hab zwei gedowned. Einer kommt. Einer kommt. Ich hab den 30 gegeben, ich hab den 30 gegeben. Boah Alter ich bin so ein Legend Killer hier ne. Macht der da. Und was ist los? Ich hab das gemacht ja. Bisschen aufräumen. Aber sauber machen. Wald was tust du alles damit ich auch...